Zwei Karosserie-Varianten. Einmal die Limousine Sportback genannt, dann der Kombi Avant. Zwei unterschiedliche Antriebe, nämlich ein Heckantrieb und der Allradantrieb. Zwei unterschiedliche Akkugrößen, drei Antriebe. Audi bringt im Januar den A6 e-tron auf den Markt. Und damit herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Ich habe mich ja bewusst aus dem Reisezirkus zurückgezogen und gebe der Wolfgang und Frank gerne den Vortritt. Doch bei so manchen Terminen wäre ich doch gerne gewesen, um die Fahrzeuge zu fahren. Die gemeinsam von Audi und Porsche entwickelte Premium-Plattform Electric, also die PPE, bekommt mit dem Audi A6 e-tron Zuwachs. Und wie Wolfgang schon sagte, das Modell rollt als Avant und als Sportback an. Damit auch liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion direkt vom Schnittplatz. Ihr kennt das Spiel. Footage vom Hersteller, Text von Wolfgang, eingesprochen und geschnitten von mir. Los geht's. Waren die ersten PPE-Vertreter mit Porsche Macan und Audi Q6 e-tron noch SUV, ist der neue Audi A6 e-tron das erste Modell auf der Plattform mit Flachboden-Konzept. Sportback und Avant liegen also deutlich tiefer auf der Straße als die SUV-Modelle. Doch nicht nur das. Im Vergleich zum Audi Q6 haben die Entwickler das Fahrwerk, Luftfederung samt geregelter Dämpfung auf Wunsch, nochmals deutlich schärfer abgestimmt. Die Auslegung von Federung und Dämpfung in Kombination mit der sehr direkten Lenkung hinterlässt eindeutig den größten Eindruck nach den ersten Testfahrten auf den bergigen und kurvenreichen Straßen auf Tenariffa. Schon nach den ersten wirklich richtig flott genommenen Sepentin stellt sich am Steuer die Frage, tatsächlich Heckantrieb und kein Quattro. Denn der Audi A6 e-tron Performance als Avant wieselt um die Ecken, dass es eine wahre Freude ist. Überzeugt dabei mit hoher Spurtreue. Erst wenn die Leistung im Dynamikmodus, es gibt zudem Balance, Komfort und Efficiency, bei der Kurvenhatz voll abgerufen wird, macht sich das Heck bemerkbar, drückt also nach außen. Aber dass so rechtzeitig das Frau oder Mann am Steuer rechtzeitig reagieren könnten, deutlich weicher ist der Modus Komfort ausgelegt. Ein idealer Kompromiss ist die Stufe Balance. Dabei werden Unebenheiten der Fahrbahn und Querrillen fast so gut gefiltert wie in der Stellung Komfort, doch sportliche Performance steht ebenfalls ausreichend zur Verfügung. Wer richtig flott unterwegs ist, der weiß, dass der Verbrauch entsprechend steigt. Doch die vielen Bergabpassagen mit entsprechender Rekuperation haben dazu geführt, dass schließlich ein Wert von 25,5 kWh auf 100 km auf der Verbrauchsanzeige abzulesen war. Das ist natürlich weit weg vom WLTP-Wert. Der Öl spricht 17 kWh auf 100 km, bei dem allerdings der Wagen auch nicht derart gefordert wird. Bei ruhigerer Fahrweise sollte die Marke von 20 kWh auf 100 km knapp zu unterbieten sein. Die maximal angegebene Reichweite von mehr als 700 km ist damit aber ebenfalls nicht zu erreichen. Doch um die 500 km sind machbar, wenn der Akku zuvor vollgeladen war. Beim ebenfalls gefahrenen Audi S6 e-Tron mit Quattro-Antrieb sind es dann doch eventuell ein paar Kilometer weniger. In Sportback und der Wand stehen immerhin 370 kW, also 503 PS zur Verfügung und die werden vermutlich doch häufiger genutzt. Auf der anderen Seite haben die Ingenieure den Spitzenmodellen der Baureihe, wie immer bei den S-Varianten, zudem eine Portion mehr an sportlicher DNA verpasst. So sprintet der S6 mit Launch Control in 3,9 Sekunden auf Tempo 100, schafft in der Spitze eine Geschwindigkeit von 240 km pro Stunde. Die anderen Audi A6 Vertreter, die zum Marktstart in der 5. Kalenderwoche 2025 bei den Händlern sind und allesamt bis Tempo 210 kmh beschleunigen, müssen sich aber keineswegs hinter diesen Werten verstecken. Vorläufiges Basismodell ist der Audi A6 e-Tron mit Heckantrieb und 210 kW, der den Standardsprint in 6 Sekunden absolviert. Die ebenfalls über die Hinterräder angetriebene Performance-Variante rollt mit 270 kW, also 367 PS vor und erreicht nach 5,4 Sekunden die Marke 100 kmh. Nochmals fast exakt eine Sekunde schneller ist der Performance mit Quattro-Antrieb. Im Basismodell kommt ein Akku mit einer Kapazität von 83 kWh, netto 75,8 kWh zum Einsatz. Alle anderen Versionen sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie bestückt, die eine Bruttospeicherkapazität von 100 kWh hat. Netto stehen 94,9 kWh zur Verfügung. Die maximale Ladeleistung an entsprechenden High-Performance-Chargern, also an den HPC-Ladesäulen, liegt bei bis zu 270 kW. In der Basis sind es 225 kW. So lassen sich in 10 Minuten je nach Batterie bis zu 310 km Reichweite nachladen. In 21 Minuten steigt der State of Charge, also der SOC, von 10 auf 80%. Dabei versprechen die Entwickler eine stabile Ladekurve im hohen Bereich. Das konnten wir auf unseren ersten Testfahrten über alles in allen 150 km nicht prüfen. An der Wallbox kann mit einer Ladeleistung von 11 kW geladen werden. Wichtig für Effizienz und damit Reichweite ist auch die Rekuperation. Die liegt je nach Temperatur und Ladezustand der Batterie bei bis zu 220 kW. Integriert ist ebenfalls die Möglichkeit der zweistufigen Schubrekuperation bis hin zum sogenannten One-Pedal-Driving, die über die Pedals am Lenkrad übrigens gesteuert werden können. Zudem ist auch das Segeln möglich. Um den Luftwiderstandsbeiwert 0,21 beim Sportback und 0,24 beim Avant so gering wie möglich zu halten, wurde das Gesicht des Audi A6 mit den extrem schmal gezeichneten Tagfahrleuchten entsprechend geglättet. Aircurtains weisen dem Fahrtwind den besten Weg um die Front und die Räder. Unter dem mit einer schwarzen Maske eingefassten Single-Frame sorgt ein steuerbarer Kühlerlufteinlass für strömungsgünstige Verhältnisse. Die bieten unter anderem auch Rad-Spoiler, Schwellerverkleidung und der glattflächige Unterboden. Hauptscheinwerfer und weitere Funktionselemente wie die Sensorik der Fahrerassistenzsysteme und die Lufteinlässe sind in die umlaufende dunkle Maske integriert und erscheinen damit fast unsichtbar. Am Heck soll ein breiter und aerodynamisch gestalteter Diffusor für die entsprechende Balance zwischen Hinterachsauftrieb und CW-Wert sorgen. Den Avant haben die Designer zusätzlich mit einem weiteren Spoiler am Diffusor ausgestattet. Darüber vermittelt ein durchgehendes und dreidimensionales Leuchtenband mit den mittig platzierten und optional auch beleuchteten Audi-Ringen optisch mehr Breite. In der Seitenansicht fallen die sehr kurzen Überhänge vorne und hinten des 4,93 m langen, 1,92 m breiten ohne Außenspiegel und 1,49 m hohen Audi A6 e-tron auf. Der Avant misst übrigens 1,53 m in der Höhe. Rädergrößen zwischen 19 und 21 Zoll stehen zur Wahl. Die Gestaltung des überaus geräumigen Innenraums ist, wie nicht anders zu erwarten, mit der des Audi Q6 e-tron fast identisch. So besteht das MMI-Panorama-Display im Curved-Design und in OLED-Technologie aus dem 11,9 Zoll großen Virtual Cockpit sowie dem 14,5 Zoll großen MMI-Touch-Display. Auf Wunsch gibt es ein 10,9 Zoll großes MMI-Beifahrer-Display sowie das Augmented Reality Head-Up-Display. Aufgrund des Radstands von 2,95 m können sich auch großgewachsene Personen auf der Rückbank bequem machen. Zudem gibt es reichlich Platz für Gepäck. Im Sportback stehen hinter der samt Heckscheibe weit öffnenden Klappe ein Stauraum von 502 Liter zur Verfügung, der bei umgeklappten hinteren Lehnen auf bis zu 1.330 Liter vergrößert werden kann. Im Avant sind es zwischen 502 und 1.422 Liter. Und wie schon im Q6 e-tron hat auch der Audi A6 e-tron einen Frunk. Das Fach unter der vorderen Haube hat eine Größe von 27 Litern. Bei der Anhängelast stehen Stromer dem Audi A6-Verbrenner in nichts nach. 2,1 Tonnen können an den Haken genommen werden. In Sachen Assistenzsystem ist das Angebot groß. Serienmäßig sind der Parkassistent Plus, eine Rückfahrkamera, der verkehrszeichenbasierte Geschwindigkeitsbegrenzer, die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, der adaptive Geschwindigkeitsassistent, die Einparkhilfe Plus mit Distanzanzeige sowie die Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung integriert. Die Preise für den Audi A6 e-tron starten ab 62.800 Euro für den Sportback mit dem kleineren Akku. Der Audi A6 Sportback e-tron Performance kostet 75.600 Euro, als Quattro 79.800 Euro. Der Audi S6 Sportback e-tron schließlich steht mit 99.500 Euro in der Preisliste und für die Avant-Varianten müssen jeweils 1.650 Euro mehr investiert werden. Vorsprung durch Technik? Make Com be great again? Ich bin jetzt schon auf eure Kommentare gespannt, aber hey, es ist kein SUV. Damit zum Wolfgang, der ist nämlich völlig aus dem Häuschen. Boah, diese Testfahrt in den Bergen von Teneriffa, das war echt der Knaller. Das Fahrwerk von diesem Auto, das war der A6 Avant Performance, also mit der großen Batterie unglaublich. Also im Vergleich zum Q6 ist das nochmal wirklich ein Riesensprung, was die Techniker da gemacht haben. Es macht echt Spaß mit dem Auto zu fahren. Auch der Verbrauch mit 23, obwohl wirklich sportlich gefahren in den Bergen, kann sich auch sehen lassen. Jetzt sind wir aber auf eure Meinung gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns ein Like. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, wie immer, natürlich, würden wir uns über ein Abo auch sehr freuen. Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns in die Kommentare und gebt uns in die Kommentare.